Da haben wir jetzt. Ihr, das war erfolgreich. Who fucking who? Ja, wir sind so gut. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Es gibt kein nichts, was uns nicht aufhalten kann. Ja, aber das oberste haben wir jetzt. Dann nehmen wir den zweiten, oder? Haben wir die schon, oder ist das wieder was anders? Ich weiß es nicht, ob die anderen rausfliegen. Oder sollen wir mal die Story machen, da unten? Können auch die Story machen. Who, Keto, Sphinx, Sphinx, Splitter. Okay. Willst du Hacker und Tarn again tauschen? Nee, ich, ich, diesmal bin ich, bin ich der, der, der Tarner. Gerade eben war ich der Hacker. Ah ja, es hat automatisch getauscht, okay. Gut. Okay, ah, dann müssen wir jetzt hier, ach, das sind dann, die sehen dann anders, der aus. Gut, du dir das an. Ja, ja, ich glaube, die, ich glaube, die oben sind randomly created und das da unten, sie mit diesem P. Ja, aber warum, der, aber der ist hier auch noch ein, irgendwie anders. Ja, aber das, der Bunny, Das ist ein Hippie. Dillion. Also machen wir jetzt hier den, den da. Du willst wirklich auf den da? Okay. Ja, sorry, das ist die erste Story. Hey du, ich brauche jemanden, der deine Fähigkeiten für diesen Job, jemanden, der diskret ist. Der Auftrag ist gut bezahlt, okay. Na, jetzt ist jetzt die Frage. Ja, aber erfahrene Hacker bringt mir gar nichts. Oh, ich habe, ich habe, bewege dich 5% schneller. Ja, das Problem ist, aber ich bin halt jetzt nicht der Hacker. Ja, gut, aber ich glaube, ich glaube, wir müssen halt einfach hin und wir tauschen, damit wir in beiden Bereichen Fähigkeiten freienhalten. Uh, sorry, aber gestern andere Termine gehabt. Ja, Paco, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Schön, dass du jetzt da bist. Und heute Abend ist wichtig, heute Abend. Da brauche ich wieder Unterstützung ohne Ende. Heute, das ist... Ich mag dieses Loading Screen Hardwork. Ja, das ist echt gut gemacht. Oh, oh, wie, oh, oh. Heute Abend, wenn es dann wieder mystisch und gefährlich wird. Horror ohne Ende. Okay, ich lasse ich jetzt mal rein. Oh, heute Abend, wenn es müßlich und gefährlich wird. Ja, müßlich, auch müßlich, vor allem müßlich. Okay, ich bin online. Hacker-Voice. Oh, warte mal, aber jetzt war mein Hack auch einfacher. Ich habe nur drei Zeichen eintippen müssen. Meide die Laser. Oh. Was, ich da ist Laser am Boden. Siehst du? Die erscheinen immer woanders. Weg, weg, weg. Ja, bin schon weg. Kein Problem. Kann ich irgendwas tun? Ich kann ja nichts tun. Okay. Da hast du aufgemacht, dann gehe ich da mal rein. Nein, nein, warte, warte, ich ist ein Firewall oben in dem Raum, die ich brauche. Achtung, da kommt ein, was ist diesmal, Bär? Das ist ein Eisbär. Oder ein, ja, sieht aus wie ein Eisbär. Da willst du rein. Da willst du rein. Nee, wo willst du denn? Da oben. Firewall. Ja. Firewall öffnen, zack, zack, zack. Ach, das ist ja cool. Jetzt muss ich echt, wenn ich diese Fähigkeit habe, brauche ich echt nur noch drei, drei Sachen, die ich machen muss. Da unten. Okay, ich räume mein zwei Computer im nächsten Raum ab. Das sind die Aufenthaltsmärkte. Ich will mich hier noch mal ein bisschen umgucken. So, wo müssen wir denn jetzt rein? In den Raum komme ich ja nicht. Ich muss ja hier erstmal hier durch und dann da durch. Ja, genau. Wie sieht es hier aus? Das ist eine Kamera. Das ist eine Kamera. Also da ist keine Kamera, aber da kann ich mich durchschleichen. Da kann ich dir den Ding ausmachen für dich. Oder auch nicht. Doch, jetzt. Scanner deaktivieren. Zack, zack, zack. So, dieser Scanner ist jetzt deaktiviert. Ja, oder so. Ist noch besser. Dann laufe ich noch da. Perfekt. Das sind zwei... Boah, die ganzen Viren sind... Die ganzen Viren-Scanner sind gerade voll im Alarm. Okay. Boah, fuck, das ist knapp. Sheets, die kamen vorbei. Die ganze Zeit noch nicht zu. Oh, aber ich wurde jetzt erwischt. Von dem anderen. Damit verbringt er dich hin. Ja, darunter. Das ist nicht weit. Na, du hast ein... Hast ein... Hast ein... Oh, nein, das war doof. Doch, alles gut. Hat mich. What the fuck? Äh, ja. Ich muss gerade einen riesen Umweg fahren, weil mich ein Virenprogramm ans andere Ende der Karte verfolgt hat. Warte mal, ich glaube, ich kann hier oben rum. Jetzt ist das schon wieder hier oben. Sag mal, wollen wir mich die Dinger verarschen? Das eine habe ich für acht Sekunden außer Kraft gesetzt. Jetzt nochmal auf für sieben Sekunden außer Kraft. Sehr gut. Gut, wo geht's weiter? Da, hier, hier, hier. Da unten mit dem Scanner. Hier, oder? Du musst bei dem... Hier? Nee, hier kann... Nee, kann ich nicht öffnen. Unten bei dem Scanner. Da ist die Tür. Aber du musst den Scanner deaktivieren, damit ich herankomme. Okay. Ja, den hatte ich vorhin schon mal. Deaktiviere ich dir doch. Kein Problem, hier. Komm mal rein. Okay, jetzt zur Tür, schnell. Schnell, bevor der Viren... Äh, was haben wir da? 51, ja, gut. 8F. Nee. F9. Nein. Donnerstag, ja. Donnerstag, Donnerstag will ich. Gut. Äh, da kommt einer, guckt einer rein. Puh. Ähm, gut. So, ich komm rein, ich komm rein. Alles gut. So. Äh. Da ist aber... Das war knapp. Das ist wieder ein Antivirusprogramm, das sich dagegen tüpft. Sehe ich schon. Zwei. Das sind zwei sehr, sehr... Zwei sehr, sehr lästige Antivirusprogramme at the moment. Ja, du musst mir einen... Einen musst du mir lassen. Ja, ich komm... Ich komm gerne, weil ich komm einfach grad nicht an den vorbei. Oh, oh. Der guckt hier rein. Aber ich bin noch safe hier. So, ich guck... Ich guck mal, wann ich das Antivirusprogramm... Oh, das ist aber echt schnell. Das ist so schnell. Ich krieg das gar nicht gefangen. Sie sind schnell viele und die IT-Karte... Also, ich weiß schon, IT... Also, die Karte, auf der ich hier bin, gell? Ja, ja, kannst du... Die ist unglaublich kompliziert. Kannst du den irgendwie ablenken, den Kerl? Na ja. Perfekt. Oh nein, kommt noch einer. Ah! 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 Okay, das ist gut gewesen. Ich weiß nicht, er kommt. Nein! Wo bringt er mich hin? Äh... Oder bringt er mich überhaupt irgendwo hin? Nö, er hat mich nicht mehr gesehen. Ah, scheiße, jetzt hat er mich doch gesehen. Verdammt! Ich dachte, er hat mich... Er hat mich aus den Augen verloren. Oh, oh. Wo bringt er mich hin? Verdammtes Antivirusprogramm. Oh nein! Wo bringt er mich hin? Alles gut, ich bin da. Ja, machen wir die Tür auf. So. Den Raum hier, würde ich sagen. Ja, muss ich mir aber die Kameras aufmachen. Achso, da! Okay, ja, da können wir rein. Ich nehme einen Dunibstein? Ja. Ja, ich habe immer noch kein... Also, der Raum hier ist ja voll der Urlauber. Ansonst weiß ich mal kein Virenprogramm. Ja, weil das Schlimme ist, ich habe hier immer... Da drüben sind schon wieder Antivirenprogramme. Also, hier an dem, da... Kommst du hier durch? Hast du dich den durch? Nee, dazu musst du die Firewall unten rechts hier im Flur ausschalten. Okay. Dafür musst du die Kameras ausmachen, ja. Äh, ich habe bis jetzt... Du musst mir mal ein paar mehr PCs lassen, weil, äh... Okay. Oh, oh, der kommt hier. Was ist, da ist ein Gorilla? Ja, ja, ich sehe ihn gerade. Der ist kein Gorilla. Der ist kein Gorilla. Wer? Oh, da kommt noch ein Gorilla. Kommt, ich mache dir das auf. Zeig, zeig, zeig. Ist offen. Machst du mir die Tür auf? So. Ich habe das Antivirusprogramm da gleich mal festgehalten. Oh, nein, komm, da hätte ich noch nicht hier. Du musst hier weg. Ich mache dir den Fluchtraum auf, hinter dir. Alles gut, erst mal. Ich muss hier erst mal... Ich muss hier eben ein paar PCs jetzt knacken, damit ich auch mal ein paar Codes kriege. Mhm. Pass nur auf, soll ich ihr Telefon klingen lassen? Ne, wenn du es bei dir irgendwo trinkst? Ja, gut, aber mach das. Ja, ich kriege aber auch keine Buchstaben gerade. Ärgerlich. Oh, oh. Okay. Das interessiert ihn jetzt nicht mehr. Shit, oh shit, oh shit. Kein Problem. Die Firewall hat mich einge... Boah, das war knapp. Hallerlich? Ne, fast. Am Panda, sagt, sagt Ding, äh... Oh, 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 oh. Eckang? Ja, ich bin... Den einen kriege ich nicht gerade. Komm ich nicht dran. So, den habe ich schon mal ausgeschaltet. Den einen PC, soll ich ihn? Ah, warte, warte, ich komme, ich komme, ich komme, jetzt habe ich ihn. Jetzt ist er da gelaufen, wo ich, wo ich hinkomme. So. Ey, komm, die Virenprogramme nicht zu dieser Firewall vor, sonst bin ich geliefert. Wo bist du? Okay, hinten rechts im Raum ist eine Firewall, die brauchen wir, um weiterzukommen. Hinten, ich kann ihn... Hinten, ah, ja, hier, ich sehe, wo du bist. Pass auf den, dass der sich nicht gleich umdreht. Nein, falsch gemacht. Nein. Jetzt ist er offen. Okay. Warte, ich mache dir die Tür auf. Geht da, okay. Ah, die gerade aus, konntest du mir gar nicht aufmachen, okay. Ah, da ist nochmal eine Firewall, die mach ich dir auch auf. So. Nicht, na, nicht die Tür öffnen, bitte. Na, nicht die Tür öffnen. Okay, er sieht dich nicht. Ich habe schon angefangen zu tippen, tut mir leid, das war keine Absicht. Okay, ich bin online im nächsten Bereich. Da ist eine... Oh, nein. Ich muss weg wegen dem Virenprogramm. Ja, ja, das... Das war ja alles gut, alles gut. War mein Fehler. Oh, ich wurde gesnappet. Okay, wo kommst du hin? Oh, fuck, oh, fuck. Ich muss raus. Ich weiß noch nicht. Ich gehe den Flur runter, alles ist safe, geh in den Raum rechts. Und geh nach unten. Hält, deaktiviere den Alarm, super. Soll ich denn das machen alleine? Ja, kann ich nicht alleine deaktivieren. Du musst mir jetzt helfen. Lauf, lauf. Ich lauf. Nein, nein, und nach unten in den Raum. Das war schon richtig. Fuck, ich komm. Nein. Also nein. Machen wir nochmal neu. Mission fehlgeschlagen. Dammit. Ärgerlich. Ja, gut, da wissen wir, Alarm nicht. Erst befreit, dann... Ja, ja, es tut mir leid. Das hat man vielleicht... Ja, kein Problem. Ich bin eher erwischt worden. Also, weiter mit uns spielen. Ja, weiter, weiter, weiter.